Also hab ich Domino Day hier. Domino Day! Scheiße, deine Stimme ist am Arsch, Junge. Hey, würdest du die mal morgens hören sollen, als ich noch richtig krank war? Da war meine Stimme ungefähr so... Ja, geil. Da war ich mal richtig wendig. Ja, geil. Wendlichkeit ist einigkeit. Wendlichkeit ist einigkeit. Setzten die Zwerge ihre Reise zum einsamen Berg fort. Ihr Weg führte sie über den Hohen Pass, wo sich das Wetter zunehmend verschlechterte. Sagen Sie los! Vorsicht! Sie sind am Leben! Weil ich ihnen einen Apfel auf den Kopf werfe. Ja, normal. Daran merkt man das. Ach, ich mach jetzt auf der linken Seite Radau... Radau, genau. Und ich versuche hier auf der rechten Seite alle abzumetzeln. Äh... Kann einfach so über die Brücke? Äh... Nein, aber nicht. Jungs, wer kann... ...was Silbernes zerschießen? Äh... 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 Boah, ihr... Äh... Äh... Ja, ich... ...würde dir gerne... ...sagen, was ich machen soll, aber... Ah! Alle haben mich verschreckt. Hä? Moment! Ja, die immer stehen wir auf dem Schlauch. Ich verstehe gerade nichts, ne? Gut, da ging es schon mal nicht. Oh! Hä? Habe ich ja verstanden, dass das hier hoch muss, aber... Habe ich ja verstanden, dass das hier hoch muss, aber... ... ... was... ... war das denn jetzt? Soooo... Ähm... ... ... ... ... ... ich weiß nicht was ich gemacht habe aber hier ist was ich bin arzt guck mal an du könnte ich mal den richtigen auswählen dürfte ich mal den richtigen auswählen danke du bist nicht der richtige na also er ist so schwer so Oh, wie ist denn jemand? Aha, danke schön. Oh. Ach, ein Glück. Passiert ja nichts hier. Wow. Loll. Bitteschön, wir sind ein Zweck umgebracht. Der hat ja nur rumgestanden. Ach, Jungs. Ah! Tschüssi. Wie soll ich mich denn da bewegen können? Die schubs ich einfach runter. So. Es geht weiter. Keiner von nur, ich mach das. Oh, yeah. Der Sprung. Der Move of Doom. Könntest du den mal lassen, danke. Ich hab den komischen Du, den ich gebrauche nicht. Ich bin ja mit dem... Ich hab keine... Ach, du hast den mit der Hammel klar. Könntest du hier irgendwas machen? Ich versuch'n. Ach, ich seh' dich da unten. Was ist hinter mir also? Nee, ich bin über dir. Ah, vielleicht hier jetzt? Ach so, hier steht er hinten. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaub, ich hatte die mich. Du musst, stopp, stopp. Ja, genau, du musst das da irgendwie wegklappen. Know how. Ich hier hinten noch Dinge, die ich nicht übersehen hab. Nee, irgendwie nicht. Ich hab ja alles. Ha. Ist der Typ schnell, ey. Obst, und schnell im Sterben. Ich blick grad. Da war auch nicht mehr so eine Plattform, wo du dich draufstellst. Da war gar nichts. Ach so, da war man da. Ist das dein verfickter Ernst? Ey, 5 Millionen Charaktere hab ich benutzt. Ja, aber ich hab... Du hast dagegen gehauen, ich hab auch mit dem dagegen gehauen. Und er hatte das A nie angezeigt gehabt. Ja, ne? Wow. Weil das ist jetzt die Stelle, wo du mich hochziehst. Die konnte mich jetzt... Ja, genau, genau. Die Stelle war jetzt gerade wirklich Magenschmerzen pur. War einfach nur dämlich gemacht. Gell, Amy? Einfach nur so Blumne. Da müssen wir nichts zu sagen. Ja, hier kann ich auch drehen. Guck dir das an. Und du fällst gut. Noll, was, was, was? Du bist runtergeplumpst. Oh, lol. Warum fann ich runter? Willst du mich... Kannst du dich überhaupt runter... hochholen? Ne, muss ich gar nicht. Ich muss nur das komische Gedöns geholen. Das läuft. Oh, jetzt haben wir noch das. Viel Spaß beim Bauen. Ja, ich hoffe, ich habe schon alles. Easy. Jo, 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 jo. Easy. Du. Mach du. Okay, okay, okay. Hm. Hm. Ja, guck mal, schon funktioniert das hier. Nice. Nice. Oh. Oh. Endlich. Ey, aber wirklich endlich. Das ist kein Donnerbräum. Das ist eine Donnerschucht. Riesen. Steinriesen. Oh, mein Gott. Ah, 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 ah. Ah, äh? Folge mir! Lieber nicht. Stimmt. Äh. Moment, Moment, Moment. Ah. Tschüss mal. Hoch. Wir werden alle sterben. Die Idee ist richtig nice. Ich weiß jetzt mal, die gefällt mir. Das ist besser wie eben der ganze Mist. Oh Gott. Achtung! Der hat ein ganz schönes Loch im Magen. Der hat zu wenig gegessen, glaube ich. Cool. Passiert mir nicht. Lauf! Passiert hier wirklich nicht. Ich muss doch noch den zerstören. Hallo, 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 ha. Bin doch da. Oh, zerstören du. Ha. Ne. Ne. Ich seh' ich doch gerade. Ich glaube auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht jemand anderes? Hallo? Ich seh' ich doch nicht. Äh, du bestimmt nicht. Oh. Ah. Du musst es doch machen können, denn das ist doch wieder das wie gleich, das ist gleich wie mit dem Wagen, weißt du. Er zeigt dir das A nicht an, aber es ist, der Wagen muss ja da runter, plums, plums. Aber irgendwie haut's wieder nicht hin. Anzeige-Bug oder was ist hier los? Ja, ich weiß auch nicht. Aber das geht nicht, weil auf der anderen Seite da so ein... Da ist ein Fels, Bro. Ja, ja. Au. Jungs. Hör mal, das war doch... Der hier war das. Ja, der kann das. Zwei Leute mit dem Hammer. Einer würde vollkommen reichen. Faustschlag. Ah. Warum haust du denn da unten in die Weichteile? Voll in die Fresse. Aber voll in die Fresse, ey. Wir leben hier. Lauft ihr Würmer. Ihr Würmer. Sitze. Da hoch. Oder so. Du bist Apfel. Du bist Apfel. Maaan. Hängt schon mal da mit mir dran. Wir müssen ziehen. Äh, lol. Ah. Ah, ich fall runter. Dein Ernst? Zu gewalt ist meine Kraft. Ich hab's gemerkt. Ja, geh doch hoch. Gott verdammt. Oh. Zwei Leute wollen drücken. Bauer. Ey, jetzt! Sag ich nichts zu hier. Wir sind doch nur noch zu zweit. Die anderen kommen gar nicht erst nach. Lass sie auch. Brauchen wir nicht. Wir sind die zwei wichtigsten Charakter. Oh je, was kommt denn jetzt schon wieder? Alter, da müssen wir da oben hin. Alter, was haust du dich denn selbst? Guck mal hier. Ja. Da ist eine freie Fläche. Kannst du die... Obwohl, Moment. Aber eine Loop. Okay. Hier sind so viele Charakter, da weiß man nicht, wer was hat. Ja, das ist echt so, ne? Also, wie Domino Day hier. Oh, Scheiße, deine Stimme ist am Arsch, Junge. Hey, würdest du die mal morgens hören sollen, als ich noch richtig krank war? Da war meine Stimme ungefähr so... Ja, geil. Da war ich mal richtig wendig. Ja, geil. Ja, geil. Ja, wenn ich kite ist, sei nicht kite. Äh, wenn ich kite ist, bin ich kite. Oh, ich schlack. Ja, bewiegst. Oh, ich fall sogar noch runter. Oh. Tag Team. Komm her jetzt. Äh. So, jetzt. Rein da. Ey. Es ist dein Ernst. Okay, ruhig. Mach du. Ruhig. Jetzt. Na, endlich. Oh. Kopf ab. Äh. Das hat ein bisschen glitchy, glitchy ausgesehen. Was ist denn das? Äh. Okay. Das sind alles sehr... Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir wissen nix. Wie ihr seht, sehen wir auch nix. What the fuck? Ich seh da hinten, da laufen so lang. Und ich höre die Ziege. Au. Ah, und dann auf einmal... Hä? Äh. Äh. Ah, das bin ich. Glaube ich. Äh. Aber das bist du. Ja. Autsch. Also wir können das ja auch einmal machen, aber dann haben wir so einen Kopf. Ja. Rr. Wir müssen einen Unterschlupf suchen. Das wär nicht schlecht, ne? Kläglich gescheitert. Kläglich gescheitert. Aber... ... ... ... ... ... ... ... ... übern wär. Nicht mehr auf 50 Prozent. Äh, ja. Ja. Das war ja gar nix, was wir hier gemacht haben. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber... Dann war nicht dabei. Du, ne, 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 ne. Nih, ne, 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 ne. Was hat uns Tanne geritten? Geil, das ist, wir haben es schon irgendwie gesehen und immer noch Ja, das ist echt so Gottverdammt ey So lange ist das her, ne? Wir machen immer noch dieselben Let's Plays und sind immer noch genauso bescheuert Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!